Moin, mein Name ist Günter Schumacher, ich bin Projektleiter im TTZ Bremerhaven und bin im Rahmen des Projektes Wasserstoffgrünes Gas für Bremerhaven verantwortlich für mobile Anwendungen in der lokalen Wirtschaft. Auf meinem Plakat findet die Information zu den Zielen des Projekts und den Arbeiten des TTZ. Des Weiteren zeigen wir die Möglichkeiten für Wasserstoffanwendungen in der lokalen Wirtschaft, insbesondere im Fischereihafen auch. Und besonders interessant sind die Informationen zu praktischen Tests, die wir mit der Firma Still mit wasserbetriebenen Gabelstaplern in verschiedenen Unternehmen im Fischereihafen durchführen wollen. Schauen Sie sich das Plakat an, viel Spaß damit, vielen Dank.